Hallo zu diesem Video. Schön, dass du da bist. Heute sehen wir uns an, wie du Längen und Breitengrade in Microsoft Excel anhand von Ortschaften ermitteln kannst und diese auch noch in einer Karte schön und farblich darstellen kannst. Dazu habe ich uns ein Beispiel mitgebracht und zwar habe ich hier in der Spalte B einige Orte bzw. Städte in Europa angegeben. Nun, als ersten Schritt möchte ich nun die Auflösung von diesen einzelnen Städten in einen Längen- und Breitengrad sowie auch eine Bevölkerung dazu ermitteln. Wie gehe ich nun vor? Dazu bediene ich mich der Build-In-Funktion in Microsoft Excel und zwar den Datentypen. Ich werde nun für eine Ortschaft bzw. für eine große Stadt den Datentyp Geografie anwenden. Wie man erkennen kann, passiert nun folgendes und zwar, dass sich auf dieser Zelle links ein neues Symbol angezeigt wird und hier rechts oben gibt es auch noch ein zusätzliches Symbol, mit der man unterschiedliche Daten wie zum Beispiel Längengrad und Breitengrad sowie auch eine Bevölkerungsstadt angeben kann. Ich wähle nun den Längengrad aus und den Breitengrad sowie auch die Bevölkerung. Des Weiteren gibt es hier auch noch die Möglichkeit mit einem Klick zusätzliche Informationen anzuzeigen. Beispielsweise handelt es sich hier um Düsseldorf und kann hier noch zusätzliche Informationen wie zum Beispiel den Bürgermeister, die Fläche in Quadratkilometer und zusätzliche Informationen anzeigen lassen. Zu guter Letzt werde ich jetzt noch die Überschriften angeben, Längengrad, den Breitengrad. An dieser Stelle eine Frage an dich, welche Daten möchtest du oder willst du in einer Karte darstellen, so schreibe es mir einfach als Kommentar, es würde mich sehr interessieren. Und dann noch die Bevölkerung. Ich färbe diese noch mit einem Fettdruck an und werde nun entsprechend die restlichen Städte mit dem Datentyp Geografie anwenden und auch die Längen und Breitengrade ermitteln. Wenn man nun auf einen dieser Ergebnisse klickt, so erkennt man, dass es sich um eine Formel handelt. Und zwar hier wird die Referenz auf die Stadt mit B6 Punkt angegeben und kann dann sozusagen eine dieser verfügbaren Funktionen anwenden. In unserem Fall eben der Längengrad. Nun habe ich das durchgeführt und wie du siehst, kannst du sozusagen relativ einfach auch Adressen, Städte und so weiter in Längen und Breitengrade überführen bzw. umwandeln lassen. Nun möchte ich diese Informationen in einer Karte darstellen. Dazu selektiere ich unseren gewünschten Bereich und navigiere auf den Bereich Einfügen. Dort befinden sich bei der Rubrik Touren die 3D-Karten. Wir können nun diese öffnen und löschen die bestehende und starten eine neue Tour. Wie man erkennen kann, öffnet sich nun eine große Karte, in der diese Städte anhand der Längen und Breitengrade schon bereits angezeigt werden. Nun kann ich diese Karte noch etwas nach meinen Wünschen anpassen. Zum Beispiel möchte ich, dass die Städte, wenn ich einen Klick mache, etwas bildlicher dargestellt werden. Zum Beispiel möchte ich wissen, mit einem Blick im Verhältnis zur Bevölkerung. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel hier in der Rubrik noch angeben, die Höhe. Zum Beispiel hier kann ich die Bevölkerung angeben. Und sehe schon bereits, dass es sich hierbei, zum Beispiel London oder in Istanbul, um einer der größten Bevölkerungsstände handelt. Wenn ich die Darstellung nicht in dieser Form haben möchte, im Balken, so gibt es auch noch unterschiedliche Varianten. Möglicherweise ist die Darstellung in Kreisen noch etwas angenehmer für den Anwender zu lesen. Oder auch in sogenannten Farbskalen kann ich genauso diese Darstellung wählen. Wie du siehst, kannst du somit relativ gut deine Informationen in einer Karte darstellen. Man kann hier noch zusätzlich auch ein Design verwenden, wenn du nicht nur diese Karte verwenden möchtest. Zum Beispiel eine, die in Richtung Satellit gehen soll. So kann man auch diese Darstellung wählen und relativ gut auch hineinscrollen bzw. ins Detail gehen. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Es gibt auch die Möglichkeit, bestimmte Orte zu finden, zum Beispiel Berlin. Und kann dann hier diese entsprechend auch suchen. Ich kann zusätzlich auch noch Textfelder und Diagramme hinzufügen. Wie du siehst, kannst du sozusagen mit Microsoft Excel Länge und Breitengrade sehr schön in dieser Karten Darstellung verwenden. Wenn du jedoch nicht eine punktuelle Darstellung haben möchtest, sondern zum Beispiel eine Flächendarstellung, so gibt es auch noch eine weitere Variante. Ich schließe nun diese und werde nun diese 3D-Kartentouren etwas nach unten verschieben und möchte angenommenerweise diese in einem Flächendiagramm darstellen. Nun könnten wir folgendermaßen vorgehen. Und zwar verwenden wir nun nicht die einzelnen Städte, sondern in Kombination mit den Ländern. Zum Beispiel hier Deutschland, Österreich und die Schweiz werden auch hier entsprechend die Datentypen anpassen. Geografie und noch zusätzliche Informationen, wie zum Beispiel den Bevölkerungsstand. Nun kann ich diese Daten in einer Grafik, in einer Kartengrafik darstellen. Und zwar hier unter Diagramme, Karten, Flächenkartogramm. Und erhalte nun entsprechend zu diesen eingegebenen Werten die Darstellung dieser Datenreihe. Man kann diese auch wiederum gezielt formatieren nach unterschiedlichsten Wünschen und hat so viele Möglichkeiten, geografische Daten in einer Karte darzustellen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!